Wann haben Sie zuletzt in grossen Dimensionen gedacht? Wann haben Sie zuletzt Ihre Fantasie freien Lauf gelassen? Wann haben Sie sich zuletzt für ein Projekt begeistert? Wann haben Sie zuletzt einen Traum verfolgt? Wann haben Sie zuletzt den vorgesteckten Weg verlassen? Wann waren Sie zuletzt schöpferisch oder innovativ? Oder erfinderisch? Willkommen bei einem weltweiten Marktführer der Baubranche. Willkommen bei Levantina. Ein multinationaler Konzern, der in 67 Ländern vertreten und geradezu davon besessen ist, Ihnen mehr Möglichkeiten und bessere Lösungen zu bieten und das von Ihren erdachten Projekt zu verwirklichen. Einem äusserst ambitionierten Unternehmen, das Ihre Ideen fördert. Einem Unternehmen, das auf Technologie, Abortgard und Ausgeglichenheit setzt. Einem Vorreiterunternehmen, das Ihnen nun zur Seite steht und seine gesamte Erfahrung in einem revolutionären Produkt bietet. Tec-Lang. Bis zu eins auf drei Meter grosse Feinsteinzeugplatten, nur drei Millimeter dick und 7,1 Kilogramm pro Quadratmeter schwer. Das vielseitigste Material der Garmic-Branche, dank seiner Masse, Farben, Grössen und technischen Beschaffenheiten, zugunsten von Haltbarkeit, Flexibilität, Sauberkeit und einer leichten Anbringung. Das perfekte Material für Verkleidungen, Böden, Mobiliar, sterile Räumlichkeiten, hinterlüftete Fassaden, Schiffsbauten und alles, was Architekten, Dekorateure, Industriedesigner und Raumgestalter wie Sie im Sinn haben. Ein Material, mit dem Sie wieder in grossen Dimensionen denken können. Lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf. Entwerfen Sie mit Begeisterung. Finden Sie die nötige Ausgeglichenheit, um vorgesteckte Wege zu verlassen. So können Sie neu erfinden. Tec-Lang. Bei Levantina. Denken Sie in grossen Dimensionen.